Voila! Oh, das war jetzt hart. Das habe ich jetzt nicht kommen sehen. Jetzt habe ich eine Max geholt. Das ist doch klar, oder? Wenn ich eine Max hole, dass die dann wieder alle weg sind. Oh, sie haben aber wieder B. Dann pushen wir mal, ob wir da sind ganz viele. Deckt die Treppe, deckt alles, deckt mich. Hilf mir! Meiner! Ich habe hier Munition für dich! Ich habe das immer hier! Gott! Schön, so macht man das. Deckt mich. Ich gebe euch Feuerschutz. Boah, Glück gehabt, Junge! So. Wie viel haben wir denn? Vier! Perfekt! Ich gehe mal außen rum, ne? Er ist auch dort. So. Wo ist ein Thunderer? Mein Monitor ist dreckig. Da müssen wir wieder mal geputzt werden. Gut, dann pushen wir mal vor. Oder wenn ich mal einen Transportwegel holen könnte, wäre es schöner. Red Deploy Site on Inder Site. Red Deploy Site. Red! Aber wenn man so Red Deploy, aber Red Deploy könnte das auch sein. Kann man auch so lesen. Bam! Noch eine Chance. Oh oh. Ich glaube nicht, dass er weit kommt. Nein. So, Jumbo hat einen Panzer. Da kommt ein Infanterie. Da kommt ein Sandy. Und noch ein Paula. Und dann kommt einer mit dem Sandra angereizt. Jetzt müssen wir erst mal dieses Ding hier clearen. Das können wir hier weitermachen. Ist das safe? So wie ich gesehen habe, ist das safe. Das passt. Na ja, was willst du denn? Du geh in den Max? Oh! Oh! Ups! Okay. Dann schluss! Oh! Das war jetzt hart. Das habe ich jetzt nicht kommen Sinn. Frau Lauter? Ich töte meinen eigenen. Könnte einer helfen? Help! Help please! Hallo! Helfen! Helf ich jemand? Helft mir. Ja. Sven, hier rüber. Hier, Herr Sven. Sven, schwing mal an deinen Arsch da raus und heil mich mal. Ich bin Ingenieur. Danke schön. Mein Audio ist ein bisschen lauter. So. Danke. Aber ehrlich, ey. Was denn? So, da leh. natürlich muss jetzt nachladen da war das ist ja knapp jungs ich stehe ungünstig vor allem weil ich keine panzerbrechende munition habe wenn man praktisch in der panzer warning max ja fertig drauf vor sich von links zu links danke es kommt ihr von drehen muss ja immer drehen nix aber Aua. Oh, Mann, Mann, wir sind hier feschgenagelt. Also wir kommen hier nicht bei. Noch mehr Flugzeuge? Ich sehe kein Flugzeug. Da oben ist es. Ja, wenn wir nicht pushen, kommen wir nicht vorwärts, ne, Jungs? Oh, jetzt sind sie gerade bei Star Trek, kennen sie gerade das Ding-Problem, das Wurmluft-Problem. Was jetzt? Nicht abkacken? Warum leckt es jetzt? Na, jetzt ist abgekackt. Bis gleich, und tschuldigung. So, Leute, weiter geht's. Das ist immer wieder ein kurzer Cut gewesen wegen Inakzeptanz von dem Spiel. Inkompetenz. Ja, das Spiel hat abgekackt. Deswegen mussten wir kurz beenden. Jetzt machen wir weiter. Wir haben gepusht, so wie es aussieht. Und ich schalte mal hier die... Nicht-Spielohren aus. Ich sehe nämlich gerade keinen. Da auch noch etwas. Ja, es kann man eigentlich mal wissen, den Sniper raushängen lassen hier. Ich mag diese Station eigentlich nicht, aber... Die kämpft mir auch hier oben irgendwo. Da ist einer, da ist einer. Ich sehe hier nix. Oh, fuck. Jawohl, meiner. Schabalabadum, ne? Und Boom hat's gemacht. Ich bin so total schlecht im Schießen. Aber ich will meine Anti-Börster-Max noch mal raus. Ich glaube, die kann jetzt hier mehr reißen, wenn so viele Mossys da oben rumschwören. Sonst wären wir hier gleich weggefickt. Wo sind wir denn hin? Ich sehe keine Mossys. Braucht man erst an die Börse? Oh, jetzt ist es eh fertig. Klasse, jetzt sind der Börse im Ex-Kommen hier am Arsch. Kann ich mir den Arsch aufreißen lassen, ne? Wenn ich da eintüten kann. Oh, Mann. Das ist doch kacke so. Wie viel habe ich? Zwei Caps. Ah, wir sind schon ran? Gut. Wenn wir ran sind, sind wir ran. Aber wir verlieren gerade diesen ATV. Oh, Mann, 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 Mann. Gibt uns das andere noch? Glaub nicht. Ja. Quartz weg. Wollen wir uns wirklich eine Ex-Covation weiter so? Also die Zähne ausbeißen? Gibt es keine andere, schönere Schlacht? Für die letzten 10 Minuten? Hm, anscheinend nicht. Da, 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 da. Dann würde ich sagen, mach mir hier auf einen Cut. Weil das ist jetzt nur noch ein Gemetzel. Das waren jetzt auch wieder zwei Folgen von mir. Nächstes Mal ist Sven und Markus wieder dabei. Und ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Auch wenn es nicht so geplant war, wie es geplant war. Aber gemacht wurde, wie es geplant war. Auf dem nächsten Mal geht es weiter. Bis dahin. Tschüss. Un Germans. Bis dahin. Tschüss. cent. Und. Wie. Ja. Vielen Dank.